Willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. The Lost Levels. Eine schwierige Version von Super Mario Bros. und der eigentliche Nachfolger, das echte Super Mario Bros. 2. Die Geschichte kann man nicht oft genug erzählen, bis es auch die letzten verstanden haben. Super Mario Bros. 2 in... was macht eigentlich der Bluber da? Habe ich mich gerade verguckt? Und das Wasser hier, wie ihr seht, ist kein Wasser, sondern Abgrund. Getarnt. Und Hübser! So, aufgepasst, was jetzt kommt. Ich mach das mal. Hä? Hä? Oh ja, wir sind so gut. Wir haben eine Warpzone gefunden. Die führt zu Welt 1. Hütte! Kommt mal ab ins Ziel und gut ist's. Triffst du's? Hey, pfff! Betrug! Der hat das unten festgehalten. Hahaha. Ah, da muss man wieder die Wege gehen. Damit das akzeptiert wird. Was? Und der untere Weg ist der falsche? Der untere Weg war der schwierigere von beiden. Oh. Hahaha. Ja, wie will ich denn da hochkommen? Gibt's hier wieder versteckte Blöcke? Tatsächlich. Tatsächlich. Ach, dann sowas. Dann sowas. Dann sowas. Boah, Alter. Herzinfarkt. Na, schon ein bisschen böse gerade, ne? Du musst doch abspringen. Hm. Spring doch, du... Boah! Gratulation, ey. Na gut. Die haben auch Spaß. Die knutschen. Knutschende Piranha-Pflanzen. Oh, schlabber. Ich hasse solche Sprünge. Na! Und der Level ist noch lange nicht vorbei. Was ist da los? Im Original noch nicht der Fall gewesen. Was zum... Kommen die die ganze Zeit mit? Und worauf hat der Cooper gerade gestanden? Natürlich habt ihr das gesehen. Gut, versuch ich mal. Das hat was... Der Ursprung der Scrawling-Level. So kann man's nennen. Oh Gott. What the fuck? Fuck. Hier geht's ja drunter und drüber, ne? So lange... Irgendwie rauskommst du aber nicht da hin! Gut. Na bleibst, bitte. Das war doch jetzt ein super Diss. Diese Mistdinger. Was? Warum bist du weggespawnt? Warum bist du weggegangen? Aktiviert, ne, oder? Ich habe kein Zurweiter bekommen. Ja, kommst du noch ein bisschen näher vielleicht? Was hat denn der? Der hat gar keine Berührungsängste. Ey. Das war mein Plan, so ein bisschen. Echt mega. Das. Bam, 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 bam. Welt 7, ey. Jetzt nerf doch mal nett. Blöden Coopers. Die sind doch kein Hindernis. Na, das ist auch für mich schon. Na gut. Hey, cool. Hey, cool. Die blöden Säcke. Die kommen auch leer. Was ist denn das neuer Dings? Die steuern auf einen zu. Ey. Ich probiere mal eins zu überspringen. Ne, so schon mal gar nicht. Nach dem Let's Play stehe ich hier auf vor meinem Stuhl, gehe in das Bad, schaue in den Spiegel, sehe, dass ich grau bin. Ganz grau. So, ich fühlte wieder ein Problem. Fuck! Lass mich runter! Oh, sehr schön, noch ein Pilz. Ich will nochmal gucken. Hier, alles. Nein! Und schon wieder. Jetzt muss ich auf zwei Coopers nacheinander springen. Ist das euer Ernst? Nee, ist es nicht. Es sind drei Coopers. Ernsthaft? Hübsam! Fuck! Wie ist es mal wieder übertreiben müssen? Und ich mit meiner Dummheit ebenfalls. Genau. So, auf jetzt! Zack! Und zack! Und zack! Und zack! Und weg! Fuck! 8.2. Wenn da schon so ein behinderter Hammerpot abgebildet ist, muss ich mal aus Prinzip in den Abgrund springen. Bin's ja gewohnt. Ah, Abgrund! Tschüss! Ah, so wie es sieht. Arrg! Der wollte mal einen Hammer werfen. Habt ihr gesehen? Komm, lass mich bitte einwerfen. Nein, zumindest. Na gut. Wieder dasselbe. Nein, nein, nein. Nicht im Ernst jetzt. Kriegen wir auch hin? Pfff! Kriegen wir auch hin. Fail. Ach, so scheiße. Was machen wir denn jetzt? Hüpfen. Springen. Ah! Bringt's alles nicht! Oh, Gott! Auftrag nach Mars. Mach bitte keine Scherze mehr. Scheiße. Hät es nicht überlebt. Ne, ich mach das nicht mit Absicht. Auch wenn es so aussieht. Das ist, was die wollen. Das ist was bekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir packen das so zusammen. Ich versuche jetzt mal, zu failen. Das haben sie so unfassbar fies gemacht. So ein Wackeldackel. Was soll denn das? Warum sind ihr auf einem Runden? Du verpisst euch da aus meinem Weg. Bauserchen. Kein Scheiß. Ach, fuck. Ich bin so ein dummes... Ah, okay. Ey, sag mal. Willst du mich verarschen? Was? Jetzt habe ich den Panzer angestoßen und selbst ihm nachgerannt und bin da... Ne. Die Lost Levels sind geschafft. Super Mario Bros. 2 vor Super Players, wie es in Japan heißt. Hach. Gemeistert. Na gut, nicht gemeistert. Wir haben Save States benutzt, aber wir haben es geschafft. Freunde, ich bedanke mich für das Ansehen dieses Krankenspiels. und auf das Super Mario Bros. 2 und 3 auch bald folgen mögen. Okay. Mir fehlen die Worte. Daumen hoch. Das fällt mir ein. Okay. Haben wir das auch geschafft. Danke. Bis dann und ciao.